Musik Nach zwei Corona-Jahren konnten wir in Frankfurt endlich wieder einen Top 4 veranstalten und dem ganzen Land ein Nachwuchs-Basketball-Festival bieten. Und jetzt geht es schon wieder auf die neue Saison zu. Wir haben gerade September, die Teams sind in der Vorbereitung. Und wir, wir als Liga wollen endlich schauen, wer sind diese Mannschaften, wer sind die Spieler, die hier für Furore sorgen wollen. Und dafür bin ich heute zu Gast bei der BBA Hagen, der einzige Aufsteiger, der sowohl mit der NBBL als auch mit der JBBL-Mannschaft in die Belletage gekommen ist. Und ich würde sagen, ich nehme euch mal mit, wir schauen rein und gucken, was die BBA zu bieten hat. Oh, you can't every thought of me, hold on me No matter, no matter how long you say, love No matter how long you take, take it. Oh, now, oh Spiruling up, just like a rich nigga's dead case No fly zone, please stay the fuck out my airspace Nigga say thanks about her back, shit they wouldn't dare say Know it's on site when I see you, I'm working at Squarespace Yeah, top of the morning, I know that you thought I was dormant Woke up early from shots that were swarming A block from the Alps, now the cops in the orbit Cause somebody got popped, now they knocking on doors Trying to find an informant But I ain't seen anything, I'm minding my business His God is my witness, the weapon gon' prosper the stormant Against me, nigga I'm starving, he miss Lee Know when I'm done with these songs, you gon' miss me John Moran, I'm on my Grizzly You niggas just cubs, but no, not the ones in the big leagues After the fall off, I promise I'm coming and selling our Wrigleys Nigga, I'm just a product of poverty Full of narcotics to profit off quickly My family tree got a history of users that struggle with demons Not really the hustler instincts Therefore often my pockets was empty So while some of my partner was serving up racks On the corners of project assemblies Me, I was starting to envy Wanna be on the top where it's plenty Wanna be in the spotlight where every bitch want me Like Rihanna dropping new Fenty What I see in the sky, the villas of Scylla Can't reach up too high evidently Nah, shit I can't reach up too evidently Never seen no one driving a Bentley I can't be out here mopping up Wendy Also die Saison fängt eben am 9. Oktober an Und habe ja schon letzte Woche angefangen mit Vorbereitung Und wir mussten wirklich gut vorbereiten Und wir haben wirklich auch große Ziele Nicht nur einmal in die Liga reinzukommen Und einfach nur mitzuspielen Also unsere Ziele sind auch ein bisschen größer Und da mussten wir wirklich viel arbeiten Auf was sind die Jungs Alle auf die Defense, Offense Klar, also da mussten wir wirklich gut vorbereiten Und in die Liga auch gut zu starten Ja, ich würde sagen über die Vorbereitung natürlich besser werden Also die Sommerpause so gut wie es geht Wegarbeiten und uns auf die Liga vorbereiten Ich glaube, sich als Team zu finden Generell so Automatismen zu entwickeln Ja, einfach sich als Team aufeinander einzustellen Auch Rollen im Team zu finden Dass jeder seine Position kennt Seine Aufgaben Und ja, ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg Und kriegen das auch auf jeden Fall in Unser Ziel ist natürlich so gut spielen, wie es geht Aber wir wollen auf jeden Fall auch den Aufstieg in die Hauptrunde A Ist auch ein Ziel von uns Ich denke, als Mannschaft ist es auf jeden Fall Erstmal das größte Ziel Den Aufstieg in die Hauptrunde A zu schaffen Gut durch die Saison zu kommen Gut als Team Basketball zusammen zu spielen Und dann sehen wir mal, wie weit es letztendlich geht Fenix ist auf jeden Fall einer der besten Mannschaften Und wahrscheinlich werden wir gegen die erste, zweite oder dritte Platz spielen Ja, ich würde uns schon auch mit dem anderen Hagener Verein als Favorit sehen Also da denke ich, wird das Battle um den ersten Platz vor allem ausgespielt Also für uns bedeutet viel, viel Und das ist nicht von gestern auf morgen Ja, sondern wir arbeiten hier schon von U12 mit den Kindern Mit Jungs Und die spielen auch Senioren Jetzt letztes Jahr haben wir bei zweiter Mannschaft in der Oberliga Mit zweiter Niederlage aufgestiegen Durchschnitts, glaube ich, 18 Jahre Haben wir auch viele gehabt Auch drei Spieler mit 16 Jahren Und wir arbeiten schon wirklich ein paar Jahre hinter uns Also auch mit dem Trainer von J.B. Belvić Arković Er ist schon acht Jahre bei uns oder neun Jahre bei uns Er macht schon wirklich einen guten Job auch Und so wie gesagt, die Arbeit ist nicht nur von letztem Jahr Das habe ich ja nicht angefangen Also die Jugendarbeit dauert schon Ich würde sagen, dadurch, dass wir auch ein paar neue Jungs haben Die jetzt noch nie bei BBA waren Uns definitiv aufeinander einzustellen Unser Ding durchziehen Ich glaube, das wird so das Schwerste Aber ich glaube, das sollten wir auch ziemlich gut hinbekommen Also J.B. Belvić Arković Wir haben zwei Spieler von J.B. Belvić Arković Die sind von 2008 Die sind im WBV-Kader von 2007 Und natürlich, die sind Perspektive-Spieler Da werden wir auf ihnen ein bisschen Augen drauf achten Dass sie weiterentwickeln auch Und da habe ich auch mit M.B. Belvić Arković Auch sechs Spieler sind schon erste Regio dabei in der Kader Und natürlich, die werden auch spielen Also nicht nur im Kader sein Und mitlaufen, sondern die sollen auch da mitspielen Das ist natürlich erstmal nochmal mehr Training als sowieso schon Auch später abends Generell geht das natürlich so ein bisschen an die Substanz Aber sonst hilft das natürlich ungemein Auch so ein bisschen die Härte des Spiels dann abzubekommen Und sich da dann auch mal so ein bisschen ranzutasten Es ist natürlich schon geil, dass man einfach so ein direktes Feedback bekommt Jeder kann das sehen Auch wenn man jetzt nicht vielleicht in Hagen wohnt oder so Kann man sich das Spiel halt schnell reinziehen oder so Und ja, es ist schön, dass es diese Aufmerksamkeit gibt Dass es diese Möglichkeiten gibt Über Social Media und über die Livestreams generell Es freut mich, dass wir Jugendspieler mehr und mehr Aufmerksamkeit bekommen Gerade auch durch Social Media Das macht auf jeden Fall auch ein Stück weit mehr Spaß Aber es pusht auf jeden Fall nochmal Stadtderby ist natürlich eine Herzensangelegenheit Man hat da viele Kollegen, viele Freunde Und ja, man will da natürlich sein Bestes geben Und das Bestmöglichste rausholen Im besten Fall natürlich gewinnen Also ich möchte auf jeden Fall Erster werden Auf einzelner Vorrunde Und das Bestmöglichste rausholen 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 Und das Bestmöglichste rausholen